Untertitelung im Auftrag des ZDF 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 hat er aus der Welt erwartet schon einmal hier nach links über die Barrikade und dann ist da oben denn hier ist nur aus dem Weg der nächste Schneemann Koffer aufmahe ich den Erwischer jawoll das wäre Nummer zwei gewesen nun kommen wir zum dritten Schneemann kleiner Streichholz entzündet verstanden die Seals Snowman äh big thanks to Geo Stamps vom Gears of Water Kampfforum und da geht's auch schon weiter wir sehen uns im Labor ja Sir das Labor ist hinter diesem Sicherheitstor vorwärts da haben wir den dritten Schneemann wir teilen uns auf ihr zwei geht nach links weiteres noch nicht spätant ich hoffe ihr findet die restlichen und kommentiert unter dem Video wir sehen uns bestimmt im nächsten Video Video Part und hoffen wir finden die komplette Lösung bis später meine Lieben ich bin euer Tony Gold get started bis später bis後 bis später bis später bis 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 Vielen Dank.